Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bolsterlangen Ski Video. Hier fahren wir von der Gipfelstation der Hörnerbahn. Komplette Talabfahrt wieder bis runter nach Bolsterein. Wenn du hier auch schon mal runter gefahren bist, dann schreib es uns doch gerne in die Kommentare. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.